so weiter moment ich lasse immer stille drinnen damit ich dann sehe alles klar hier muss ich schneiden meister verstehe du bist ja voll hallo leute herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde let's play cd of mana 2 der deutschen übersetzung von den g trans und ich hoffe wir gehen jetzt hier nicht ob mich unterstützen wieder mal der kill will die mary auch hallo und gemeinsam schaffen wir das gemeinsam sind wir stark die haben uns letztes mal vor den arsch aufgerissen ja aber richtig derbe ich hoffe mal jetzt dass das nicht wieder passiert weil sie haben richtig derbe langsam ein anderer klatschen halt ich will gucken nicht dass wir hier speichern gehen können so eine safe station jetzt echt das feine zu nein doch leck mir alle am arsch wenn jetzt noch eine dritte leiter ist dann lache ich mich kacke 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 wieder gibt es runter das ist mir doch hergekommen ist voll der cheating von der chute ich habe angst wie kommen wir alle schwächern abversprechen gleich wieder das ist unsere strategie ich schreie was gemacht werden soll am ende ist es hier voll der labyrinth gartenmeister ja und wird aber wir lädeln zumindest auf das ist ja nicht schlimm achten dass wieder so ein typ der uns dann kaputt haut gehen nach hinten gehe wir gehen nach hinten ja ich mach's ich mach's wir gehen jetzt weiter an er hat kraftwasser gemacht er hat kraftwasser macht keine angst nein da ist noch einer siehst du den netto ja schlafende hunde und so weiß mary du hast ihn ja voll pulverisiert da ihre lanze raus geholt hat puff bang gemacht ja ich habe den ratz goblin angeklatscht das gesehen habe ich also diese bahn überwacht abwärts sprechen wir bestimmt bei dem wocht wohl sonst hat er wieder legt wir mal magie abwärts herunter du hast magie abwärts herunter gemacht komm mal du machst nur dein special als der tod vorgemacht ich musste nicht mal special machen ja aber ist immer noch ja ja das ist weil das immer draußen müssen die ganzen gegner sind halt einfach da raus hier raus hier raus hier also okay hört man auf den kegel ja geht man gleich in die sackgasse ich meine da was cooles und sein ja das stimmt ich werde mit dir ein hoch passt schon ganz oben ist doch was gibt es nur diese option hier das muss jetzt ja sein okay jetzt hier heißt ja mary aktion genau perfekt action 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 mary action mary die hast du das video gesehen hier mit den big rigs das habe ich im forum da hier gebracht wird ist das video kenne ich nicht wo da wo da wo da den werben auch abwehr bei dem da kriegen wir nicht nur platt einfach ja ja da wurde die werbung macht über den spiel big rigs das ist echt nicht mit dem track nennt der voll durch die berge fährt und alles nicht gesehen aber für lustig hat dass er das jetzt gleich raushaut das könnten wir nicht an aber wir ziehen ihn doch immer noch zu 80 ab und so da sieht gleich in über genau richtig genau alleine ist der schlacht trotzdem ok 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 bin echt nicht потому dass de� sel Bach für mich mrahh für mich verletet dass die beispielsweise auch keine fröhung Stemen es sollte genau nicht aufgrund ständig mit der technik hier geht so einfach da alles komplett durch die kundeôt supposedly ob man sich besser gibt achtersteid und erkennt wo in deration können sie eigentlich sind weil er weiß sozusagen schon da gibt ja ruhig mein bonbon genau das muss ich nämlich nicht dafür empfiehre auszukloppen die vier minuten etwa noch in den letzten pappen reinnehmen können und die fünf daumen drückte daumen und auch die die fußdaumen was für minuten aber jetzt gespielt 55 naja gut das ist jetzt ein riesenvampir sein gott ist besser dolan doban da bei halsschmerzen bitte was macht das die nummer stil da geht noch nicht okay wer kommt jetzt dazu kommen dass wir schicken weißt du kann man den stück letztlich hoch müssen die face schlagen der singe da dass du nicht da aber gleich jetzt ist er wird bestimmt abwehrunter abwehr runter oder oder nennen nennen nicht abwehr runter macht das andere runter hier alles mal alles runter kann ich das nicht klar jetzt ist da da ist noch nicht da jetzt jetzt ist er da ich würde erst mal schicken verpassen das machen sehr viele deine geste das erfolge flash flash wo genau magie runter abwehr runter alles umbaut genau am besten wir schubsen direkt und warum sie mir nicht draußen geblieben wenn der sowieso draußen ist ja da hätte er auch einfach zu uns kommen können seit wann kommt in der berg zum propheten eigentlich vertreten da wird 206 auf 4 meri ich das ich gebe der schluck die meri eh mann komm mal zum punkt hier sperma angreifen nennen das wird nichts mehr die vertreten über 100.000 zauber und ein wort ab und nicht einmal angegriffen das ist echt wieder wahnsinn es war schwierig 20.000 zauber also das reicht schon mal ich bin auch gern mal treffen machte nichts raus geht es genauso jetzt ich kann nicht jetzt klar kannst du und damit meine ich nicht special man perfekt auf deiner maul auf deiner maul schenken macht mir die dance alter hier einfach 400 habe ich abgezogen mit dem dance oder was wo ich bleibe ich werde jetzt über weg hier ja du hast welche und ruhig aber merken was er so ab sie hat noch eine schule auf dich und du kannst mal okay bild ein special dann stoppen marika mal eine heilrunde machen für uns alle ja wohl oder nein denn ich heil und meri macht zaubering wieder der muss immer schwächer werden immer schwächer immer schwächer immer schwächer immer schwächer habe ich schon gesagt dass der immer schwächer sein muss werden muss ja das ist es ist quatsch die wirkung verlässt aber nach der zeit dann musst du wieder nachmachen oder tut da deswegen nicht doppelt und dreifach zu schwächen das stimmt nicht das muss aber zum mal nach der haut hier voll rein die tricks wir müssen weil er kommt was der uns ab 300 also in der regel zieht er 100 ab nee das war jetzt 100 bei jedem damit man nicht unter den bilder muss sich mal selber heilen dann ja 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 also deswegen gucken wir mal das höchste was bis jetzt abgezogen hat wochen dort nein der hat 300 ab bezogen aber noch keine zauber und nichts gemacht hat vielleicht macht auch keine so neidatum der 300 da tun nein 300 mann sich seine aufnahme an da waren die drei mit zwei nullen in rot denkst du nein ich habe es doch genau gesehen ist tot nein warum seine angriffskraft wieder darauf ja du musst du wunder machen genau mit das rauf machen musst du machst du so runter ich habe das gefühl das echt wütend jetzt so pass auf jetzt gucken 100 da 250 man naja das war aber einzeln das war nur ein angriff okay dann war das bis jetzt das höchste 250 kippel du reißt ja nicht heimlich selber habe ich habe gerade überlegt ich habe doch noch ein paar schock ist auf der gegner heißt doch du beton ne und wir sind dann regula bekämpfe gegeneinander es war doch wieder böse na jetzt machte angriff mund mund angriff also hierfür sich da so dann spieler und ohne jetzt wird auch der gerade ja vorbei und einer tut und keine ahnung und wir sind alle im verarsch ich gebe mir jetzt nur nicht das von bonbons heute die honig bonbons sind von honig mary muss ja ich halte ich meine mache ich special machst du ja genau du heils mary und ich halte spiecke ich habe kein special müssen zwangspause scheiß vor kurz mal kurz geklärt ja viel bild du brauchst auch was ja jetzt und ich da machen wir genau mal holen ich ja auch da ist sicherer da unten der materie da jetzt mal den abwehrschwächen da ist übelst hat kugel manchmal im abwehrschwächen habe ich dir jetzt wenn habe ich jetzt das honig gegeben mehr wahrscheinlich weil ich voll bin los kippeln mach irgendwas schönes ja ich muss auf jeden fall nicht einer muss mal den seine angriffsschwächen man da heute auch übelst drauf ja ja danke ich kann nicht drücken wenn die ganze zeit irgendwas gemacht wenn ich gibt jetzt ich gebe den honig kippe ich gebe den honig nein damit zu schrumpfen bei mary schrumpfen ist man überhaupt nicht auf hier was du dein auge du merkst du ja noch klein wird das echt nicht gekriegt ja man kann so eine zauber und wenn sie klein ist also was war nichts mit schwächen deswegen konnte ich nichts drücken richtig und ja ist ja voll der scheiß gegner arsch arsch gegner richtig machen wir doch ab da runter ja das auch gut genau du will dann sehen wird du wieder ein gegner was erwarten eigentlich von dem und jetzt setzt ja weil wir ultra krass geil sind voll krass was in einem party ich hab doch gesagt das war gar nichts wir sind eigentlich für ansatzweise gestorben das eine war schon ganz schön wie viel minuten wir sind es bei zwölf minuten wir können auch in ruhe da machen wir das so dann machen wir schön bis zum nächsten also wir gehen mal zu dem dschungel da ja was wir gesagt hatten ja wo ist ja ja beim dschungel wo ist denn der dschungel ist die stunde können wir gehen dass wir speichern und haben die geld eine warte mal wenn der gesagt hat wir sollen eben ein dschungel einkaufen oder so so dass wir zum dschungel fliegen lassen wir loslegen und dann machen wir das mal müssen sowieso uns wieder ein dick mit honig und kram und krams krims krams irgendwie parlor und wie in der lese stadt wo lang uk na zum dschungel sind ja hier ist der monschein weil ja dschungel ist aber der rechtsfeuer nicht da das links mann nein doch wir wollen ja das ein vulkan mal aber das kein dschungel ist poka hat er nicht gesagt der poka ja der bilder ich habe euch gefragt ob er das gesagt hat ich weiß aber wo genau habe ich jetzt gebilde dann lande hier mal irgendwo scheiße es geht nicht wir müssen und stimmen was ist jetzt irgendwie geht es nicht gibt es eine anlegestellung oder check mal das sieht also sowieso ein sandhaufen aus am rand hier musste landen können irgendwo vielleicht mal dort steht auch mal noch genau da steht ja sonst dort da muss ja land mal da ich kann mir nicht landen weil die insel hochgegangen ist er hat auch gesagt beim dschungel wo ist jetzt der dschungel da rechts rechts hier nein was ist das überhaupt hier bist du ja doch da war es verzauberte dschungel mein stand doch gerade da meinen wenn er sich nicht bewegen würde hier oder wenn man stehen bleiben würde ist dann wird das lesen können meinst du tust da ständig rumfliegen wenn ich hier die landestation suche also passt das schon hier irgendwie hat er gesagt dann es so gesagt also muss das ja irgendwo sein nein du kannst ich halte die ganze zeit landen gedrückt du kannst nirgendwo drauf es ist verarschen nein du musst irgendwo drauf können ja die kleinen insel probiert die dahinten mal dass die da du musst so lange nein ich halte doch landen gedrückt land mal da in der stadt hier geht nicht er ist nicht ein airport haben wir willst da landen da hier ist noch eins der links hier da muss man können war ließ da und wie fliegt sind die besoffen hier kann ich auch nicht landen was sind das hier drücken halten an doch da konntest du steigen singen ist nicht drückst ab in natürlich drücke ich b ja jetzt kann ich landen krass du musst hier pixel genau ja das sieht aus wie ein dschungel aber hier ist der verzauberte dschungel aber haben die leckte dschungel muss mir doch auch hier so verkehrt glaube ich sicher wir sollen doch zu der du hast doch vor und selber gesagt zum dschungel haben sie so gesagt ja also hier gibt es ja haben wir auch gesehen zwei stück sogar naja das war gerade auf dem weg die schuld ist es für geil für die versorgen ruinen kommen wir gehen wir sagen hallo ja jetzt ja jetzt kommen zu dieser verzauberte stadt herkommen ja genau passt schon ja ja und hier müsste dann glaube ich geile rüstungen oder so geben guten tag herr sucht ihr die vergessene stadt pedan der drachen kaiser zerstörte sie vor zehn jahren ich habe gehört dass dort die bischen ausrüstungen und waffen verkauft wurde laut gelehrten brachten fluktuationen des mana des das raub zeitgefüge durcheinander dadurch verschwand die stadt wenn die stadt tatsächlich so stark mit mana verbunden ist dann kann die für uns bestimmt hinfliegen vielleicht erscheinen sie wieder wenn wir die gottesbestien besiegt das war absurder bullshit dann haben wir die zeit jetzt sinnvoll genutzt und wissen dass wir hier nichts machen können ja wirklich wüsste wieso ist doch weil wir da uns ausrüsten können mit honig und plan ja machen wir aber das wird zu buganett kommen müssen wir schon wegen komisch aber die winsel ist doch explodiert ja und aber du hast bestimmt einmal drauf als kindes gehöre tue du bist du musst überall sind sind doch nur am blöd machen so okay dass wir schlafen schlafen machen warum erst mal lieber zu kaufen ja das müssen doch die leute nicht sehen oder näher aber was in denen zusammen war hat man noch mal zeigen herzeigen können ja das kommt dann sowieso danach noch mal sprechen ja ja okay also leute macht schon gut bis zum nächsten mal bis dahin und fausen nennen und lass mal noch die leute zusammen zeigen ja okay vielleicht haben wir jetzt die ultimative aber wir haben es seltsamen samen ein pflanzen oder erholungs items item holig pflanzen für magien naja das ist dann wieder so ein augen oder klau was von das was wollen das hat keinen namen war das ausrüstungsteil komisch das sah aus wie eine kette ja ich weiß aber das stand noch ein name dort oder nein wie nein nach oben gehen wir ganz nach oben zwar ein bug am ende ist aber das nicht diese basilisken klauen das ist eine klaue das keine kette das sind die klauen in allen formen dann na gut also das ist nur noch mal im video das muss noch mal recherchiert werden also macht es schon mal gut bis dahin und tschau